Heute stelle ich euch mal die String Builder Klasse aus dem .NET Framework vor. Das ist eine sehr sehr nützliche Klasse, wenn wir mit Strings arbeiten und an diesen große Operationen durchführen möchten. Und wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Programmieren-Staaten.de. Mein Name ist Janik Brün und das hier ist das bereits siebte Türchen unseres Programmieren-Staaten-Adventskalenders. Heute habe ich mal ein ganz normales Tutorial für euch. Und zwar möchte ich heute mal eine sehr sehr nützliche Klasse aus dem .NET Framework vorstellen, die wir in zum Beispiel C-Sharp verwenden können. Und zwar geht es heute mal um die Klasse String Builder. String Builder ist eine Klasse, mit welcher wir Strings bearbeiten können. Und jetzt fragt man sich, hä, ich kann doch Strings in C-Sharp auch so bearbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe String, hello ist gleich hello world und dann zum Beispiel sage hello ist gleich irgendein anderer String, zum Beispiel hallo welt. Dann denkt man ja, Moment mal, ich habe doch jetzt hier den String hello verändert. Aber tatsächlich ist es so, dass Strings in .NET sogenannte immutable objects sind, also unveränderbare Objekte. Sprich, wenn wir jetzt eine Veränderung an einem String vornehmen, zum Beispiel wie hier, wir hatten ja hier erst den String hello world und haben ihn dann zu hallo welt gemacht, dann wird hier tatsächlich eine neue Instanz erstellt vom Typ String. Die alte Instanz wird aus dem Speicher verworfen und eine neue wird komplett erzeugt. Selbst wenn wir jetzt einfach diesen alten String hier ein bisschen bearbeiten, indem wir zum Beispiel mit dem plus Operator etwas dranhängen, wenn wir zum Beispiel sagen, hello plus ist gleich my name is Yannick, dann wird hier tatsächlich auch dieses hello world komplett verworfen. Es wird ein neues hello world quasi erstellt und daran wird dann eben my name is Yannick angehängt. Sprich, diese Strings werden immer wieder aufwendig im Speicher neu erzeugt als neue Instanzen. Und das kann, wenn wir jetzt hier wirklich riesige Operationen an so einem String vornehmen, mit 30.000 Iterationen in einer Schleife zum Beispiel, dass es dann wirklich in die Performance richtig reinhauen kann. Also das ist dann wirklich nicht gut. Und dafür gibt es jetzt eben die String Builder Klasse. Mit der String Builder Klasse haben wir einen String, der veränderbar ist. Das heißt, wenn wir einen neuen Wert zuweisen oder wenn wir den Wert verändern dann wirklich, dann wird nicht eine neue Instanz erzeugt, sondern es wird nur an der Stelle eine Modifikation im String vorgenommen, an der wir wirklich was modifizieren möchten. Somit muss nicht immer eine neue Instanz erstellt werden und das ist wesentlich performanter. Wie funktioniert das aber? Das möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen. Löschen wir also hier diesen alten String weg und jetzt gucken wir uns die String Builder Klasse einfach mal an. Erzeugen wir also einfach mal eine Instanz der Klasse String Builder. Schreiben wir also den Typ String Builder hier hin, erstellen wir davon eine neue Variable. Wir nennen sie jetzt einfach SB für String Builder. Und dann sagen wir, okay, das ist ein New String Builder. Und wir können hier im Konstruktor jetzt auch schon entweder gar nichts angeben oder einen ersten Startwert mitgeben. Einfach ein String. Wir können also sagen, okay, wir fangen an mit dem Wert. Hallo Welt. Machen wir am Ende noch ein Leerzeichen mit hin. Dann können wir auch sauber was anfügen später noch. Und ja, dann machen wir hier noch ein Semikolon hin. Und damit haben wir schon unseren String Builder erstellt. Was wir übrigens machen können, wir können jetzt schreiben ConsoleWriteLine und können einfach SB ausgeben lassen. Und dann ConsoleReadKey. Und dann wird das auch schon jetzt in dieser String Form ausgegeben. Wir sehen dann also Hallo Welt. Was man aber natürlich auch noch machen kann, ist dann später einfach diesen String in einen richtigen String konvertieren. Man kann also sagen, String finished ist gleich SB.toString. Und dann können wir einfach in ConsoleReadKey, äh ConsoleWriteLine meine ich, hier finished ausgeben lassen. Und dann haben wir ebenfalls hier diesen String. Schauen wir uns das mal an. Und dann sehen wir hier, Hallo Welt wird auch ausgegeben. Das funktioniert dann also auch, wenn man also von diesem String Builder Objekt wieder weg möchte. Dann kann man einfach das toString aufrufen und ja, dann hat man einen ganz normalen String wieder. Aber gut, wir schauen uns jetzt mal an, was man mit diesem String Builder so machen kann. Die Klasse String Builder stellt uns verschiedene Methoden zum Modifizieren eines solchen Strings zur Verfügung. Wir schreiben also einfach mal SB Punkt, dann sehen wir die verschiedenen Methoden schon. Und da sehen wir hier, haben wir zuerst einmal die Append Methode. Und damit kann man eine Zeichenfolge an den String anfügen, also ans Ende der Zeichenfolge. Wenn wir jetzt also schreiben SB Append und dann zum Beispiel hier sagen, okay, der String, den wir anheften möchten, ist zum Beispiel mein Name ist Janek. Und wir dann einfach ausgeben lassen, ConsoleWriteLine, SB. Dann sehen wir, dass jetzt hier dieser String tatsächlich modifiziert wurde. Es wurde angefügt, mein Name ist Janek. Es hat also wunderbar funktioniert. Das macht man mit der Append Methode. Jetzt wurde hier allerdings nicht wie beim normalen String eine neue Instanz erzeugt, sondern es wurde jetzt hier einfach die bestehende String Instanz, also die String Builder Instanz in dem Fall, modifiziert. Und das ist eben so dieser Performance Vorteil, den man hat. Wenn man jetzt nur ganz kleine Operationen hier durchführen würde, wenn man nur einmal was anheften würde an den String, dann braucht man keinen String Builder verwenden. Wenn man jetzt aber eine große Schleife hat, bei der bei jedem Durchlauf der String modifiziert wird, dann macht so ein String Builder durchaus Sinn. Es gibt übrigens auch noch AppendLine. Wir können das ja einfach mal hier machen. Wir nehmen jetzt nicht die normale Append Methode, sondern die AppendLine Methode. Und dabei wird jetzt hier das Ganze erstmal ganz normal angeheftet. Am Ende wird dann aber im String ein Zeilenumbruch gemacht. Sprich, wenn wir hier jetzt nochmal sagen, SB Append und dann hier zum Beispiel sagen, neue Zeile, dann sehen wir, dass nach diesem AppendLine, also nach diesem Mein Name ist Janek, hier tatsächlich ein Zeilenumbruch erzeugt wurde. Und das sehen wir dann hier. Also wir haben hier Mein Name ist Janek, das wurde ja hier mit AppendLine hinzugefügt und dann wurde ein Zeilenumbruch gemacht und dann sehen wir, neue Zeile ist dann schon in dieser neuen Zeile tatsächlich. Jetzt gibt es hier noch weitere Funktionen bzw. Methoden. Wir können hier mal gucken, schreiben wir SB Punkt. Was haben wir denn da noch? Wir haben zum Beispiel auch Clear und damit kann man alle Zeichen aus dem aktuellen String Builder entfernen. Es gibt hier auch noch die Insert Methode. Damit kann man an einer bestimmten Stelle im String einen neuen Wert einfügen. Wir können das ja einfach mal machen. Wir können hier zum Beispiel sagen, SB Insert, dann gibt man hier einen Index an. Der Index ist eben die Position, an der man in diesem String jetzt etwas anfügen möchte. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, 3 ist der Index, dann werden wir hier nach diesem dritten Buchstaben, also hier zwischen diesen beiden Ls, einen neuen Wert einfügen. Und dieser neue Wert ist zum Beispiel einfach jetzt der String Insert. Das ist groß und auffällig, dann sehen wir es auch richtig. Und jetzt führen wir das Ganze einfach mal aus. Und dann sehen wir, haben wir jetzt Hull, Insert, Low, Welt, mein Name ist Janek. Damit kann man also auch arbeiten. Damit kann man in den String irgendwo etwas einfügen, was man jetzt da noch eben einfügen möchte. Es gibt noch weitere Methoden, schauen wir uns das nochmal an. SB Punkt, so da hatten wir hier Clear, hier hatten wir Insert. Dann gibt es noch Remove. Damit kann man eben an einer angegebenen Position eine bestimmte Anzahl an Zeichen in diesem String löschen. Man kann jetzt also hier zum Beispiel einfach mal Remove aufrufen. Dann sagen wir, wir fangen wieder bei dem Index 3 an. Das ist der Startindex und dann gibt man noch eine Länge an. Wir wollen dann ab da drei Buchstaben zum Beispiel löschen. Oder nein, sagen wir zwei Buchstaben wollen wir löschen. Führen wir das mal aus. Dann werden wir nur noch ein Hull, Welt haben. So, und wir sehen, wir haben hier nur noch ein Hull, Welt. Mit der Remove-Methode kann man also eine bestimmte Anzahl an Zeichen ab einem bestimmten Startindex löschen. Was gibt es hier noch? SB Punkt. Und dann haben wir hier noch die Replace-Methode. Die ist auch noch interessant. Mit der Replace-Methode kann man alle Vorkommen einer angegebenen Zeichenfolge durch eine andere Zeichenfolge ersetzen. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hier sagen, wir wollen zum Beispiel alle Hallo-Zeichenfolgen mit Hello ersetzen. Alles, was jetzt hier zum Beispiel Hallo ist, was in unserem String erkannt wird, wird zu Hello verändert. Und wenn wir jetzt mal das Ganze ausführen, dann sehen wir, haben wir jetzt hier nicht mehr Hallo-Welt, sondern Hello-Welt. Das kann man also auch machen. Und das ist auch, ja, hin und wieder wahrscheinlich sehr, sehr nützlich. Man kann hier auch übrigens einfach sagen, wir nehmen alle kleinen Ls und ersetzen sie mit großen Ls. Geht auch. Fügen wir also das mal ein, starten wir das Ganze und jedes L ist jetzt ein großes L, wie wir hier sehen. Weil er geguckt hat, okay, wo haben wir ein kleines L, also diese Zeichenfolge, die wir eben hier als Old Value angegeben haben. Und es wird dann ersetzt mit dem New Value und da haben wir dann eben einfach ein großes L hier eingefügt. Das geht also auch. Und jetzt wollen wir uns mal die Performance hier anschauen von diesem String-Builder, verglichen mit der Performance von einem normalen String. Das heißt, wir werden uns jetzt hier mal eine Stopwatch erstellen und hier mal ein paar Zeiten messen. So, machen wir also einfach mal folgendes. Gehen wir hier hoch zu den Using-Direktiven und binden wir mal den Namespace System.diagnostics ein. Denn darin befindet sich ja die Stopwatch-Klasse, mit welcher man die Zeit messen kann, die der Code für die Ausführung benötigt. Schreiben wir also Using-System.diagnostics und dann erstellen wir eine neue Stopwatch. Wir sagen also Stopwatch, wir nennen sie einfach mal SW für Stopwatch und sagen, okay, ist gleich New Stopwatch. So, jetzt haben wir also so eine Stoppuhr in unserem Code erstellt und wir brauchen jetzt natürlich auch einen String, den wir dann modifizieren. Und diesen String, den erstellen wir jetzt mal als normalen String zuerst einmal. Wir nennen das einfach Test-String und das ist gleich ein String, wo wir sagen, okay, da ist jetzt einfach Hallo. Machen wir keinen Leerzeichen noch hin. Sagen wir einfach, das startet bei Hallo. Und jetzt wollen wir eine Vorschleife machen. Die fängt beim Wert 0 an. Die geht 30.000 Mal durch. Und bei jedem Durchlauf wird dieses I um 1 erhöht. Und bei jedem Durchlauf soll jetzt der Test-String modifiziert werden. Und zwar wird da einfach ein Leerzeichen mit Welt angefügt. Das heißt, wir wollen jetzt Hallo Welt mal 30.000 hier quasi in diesen String rein speichern. Bevor diese Loop hier startet, möchten wir natürlich unsere Stopwatch auch starten, damit wir auch hier die Zeit messen können. Das heißt, wir starten dieses Stopwatch vor der Loop, dann modifizieren wir das Ganze 30.000 Mal und am Ende der Loop stoppen wir dieses Stopwatch wieder. Und in der Konsole geben wir dann einfach mal den String aus, damit wir das auch sehen, dass dieser String wirklich modifiziert wurde. Und dann geben wir auch einfach mal die Zeit aus, die es gebraucht hat, um diese Operation hier tatsächlich durchzuführen. Ich würde sagen, wir geben das Ganze in Ticks aus, denn das braucht wirklich nicht viele Millisekunden. Sagen wir einfach, wir geben das Ganze in Ticks einfach aus. Und ja, das ist wirklich die kleinste Einheit, in der man diese Zeit hier messen kann. Und da machen wir noch ein Console Read Key hin, um auch das Ganze sehen zu können. Starten wir das also mal. Und dann sehen wir, es hat jetzt hier so viele Ticks gebraucht. Und das ist auf jeden Fall eine Zahl im Moment. Das sind 4.596.281 Ticks. Also merken wir uns einfach mal 4 Millionen. Ja, und jetzt machen wir das Ganze mal als einen String Builder. Wir machen also aus dem Test String ein String Builder Objekt. Sagen, dass das ein New String Builder ist. Wir fangen mit dem Wert Hallo an. Und dann machen wir hier nicht Test String Plus, sondern wir sagen Test String Punkt Append. Und fügen dann auch immer hier dieses Welt an. Und jetzt starten wir das Ganze mal und gucken mal, wie lange das braucht. Und dann sehen wir, das braucht nicht 4 Millionen Ticks, das braucht tatsächlich nur 4000 Ticks. Das ist deutlich schneller, das ist um Welten schneller. Diesen Performance Boost, den merkt man natürlich nicht, wenn man jetzt kleine Operationen durchführt. Wenn man allerdings wirklich sehr, sehr große Operationen an Strings durchführen möchte, dann hat man von diesem String Builder auf jeden Fall einen Performance Boost. Und was wir hier beim String Builder eben auch haben, sind diese ganzen Hilfsmethoden, die wir nutzen können. Append, Insert, Remove und so weiter und so fort. Das ist auch ein gewisser Vorteil. Ja, kann man also auch gut nutzen. Die gibt es zwar gewissermaßen bei der normalen String Klasse auch, aber hier haben wir die eben auch. Und ja, in diesem Sinne war es das jetzt mit diesem Video. Ich habe dir jetzt die String Builder Klasse vorgestellt. Ich hoffe, du hast das Ganze verstanden. Ich hoffe, dir nützt dieses Wissen etwas und du kannst es auch praktisch mal einsetzen. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zur Verlosung und dann war es das mit dem heutigen Türchen. Wie jeden Tag in diesem Adventskalender haben wir natürlich auch heute wieder eine Verlosung für euch. Heute verlosen wir unseren JavaFX Masterkurs, in welchem du lernst, grafische Benutzeroberflächen mit der Programmiersprache Java zu entwickeln. Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du nur Folgendes machen. In der Videobeschreibung ist ein Link zu unserer Instagram-Seite. Diese musst du abonnieren und zum heutigen Türchen haben wir auf Instagram einen Post verfasst. Diesen Türchen-Post musst du kommentieren und wenn du uns auf Instagram followst und diesen Post kommentiert hast, dann nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil. Morgen um 15 Uhr wird der Gewinner dieses Gewinnspiels dann in unserer Instagram-Story bekannt gegeben und auch per Privatnachricht auf Instagram von uns kontaktiert. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt allen viel Erfolg und wir sehen uns dann morgen wieder. Auf Wiedersehen!